Wir sind beim Geberit WC System. WC System bedeutet mehrere Komponenten. Eine Komponente bildet unser Geberit Unterputzspülkasten, den jeder Installateur schon seit 1964 kennt, also ein bekanntes Produkt. Wir haben das Ganze zusammen mit der WC Keramik zum System gemacht. Das heißt, wir haben uns die WC Keramik angeschaut und hydraulisch so weit optimiert, dass wir da wirklich das Optimale an Spülleistung auch aus einer WC Keramik herausholen können. Das bietet viele Vorteile für den Installateur. Das heißt, wir haben eine schnellere Montage mit EFF3-Befestigung, eine neue WC Sitzmontage, die das Ganze bis zu 40 Prozent in der Montage schneller macht. Wir haben aber auch viele Vorteile für den Endkunden. Das heißt, eine sehr hohe Spülleistung in der WC Keramik. Wir haben einen sehr hohen Selbstreinigungseffekt. Das heißt, ich brauche weniger die Toilettenbürste nutzen. Das Ganze natürlich ohne Überspritzen, spülrandlos, auch ohne Spritschutzrand. Und das Ganze als System geben wir auch ein System versprechen. Das geht so weit, dass wir auch dem Endkunden ein sechsmonatiges Rückgaberecht einräumen. Und er kann, wenn er mit der Spülleistung nicht zufrieden ist, eine E-Mail an Geberit schicken. Und wir würden das WC dann ausbauen und ihm die Kosten wieder erstatten. Das Ganze hier gepaart mit der neuen Geberit Sigma 70 Betätigungsplatte, die es natürlich auch wieder in vielen verschiedenen Oberflächen und Farben gibt. In der Minute coefficient windet. Das squadron wird mit der neuen Geberit Untertitelung des ZDF, 2020